Liebe Gäste, wir bitten Sie, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen. Öffnen Sie die Staufächer über Ihren Sitzen immer vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Nutzen Sie in der Economy und Premium Economy Class zum Verstauen des Handgepäcks auch den Platz unter den Vordersitzen. Schließen Sie jetzt Ihren Sicherheitsgurt und ziehen Sie ihn fest. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat zwölf Notausgänge. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Lassen Sie Ihr Handgepäck an Bord. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Maske auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class und in der Premium Economy Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisungen der Crew ziehen Sie Ihre Schwimmweste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Für Start und Landung schalten Sie Geräte mit Sendefunktion entweder in den Flugmodus oder vollständig aus. Laptops und ähnlich schwere Gegenstände müssen zu Start und Landung in Ihrem Handgepäck sicher verstaut werden. Die Benutzung von Funkgeräten und ferngesteuertem Spielzeug ist während des Aufenthaltes an Bord verboten. Lesen Sie bitte die Hinweise auf der Sicherheitsinstruktion, die Sie in Ihrem Sitzbereich finden. Dort ist auch eine Schutzhaltung für den Fall einer Notlandung abgebildet. Auch Ihre Crew gibt Ihnen gerne Auskunft. Wir sind in Kürze startbereit. Verstauen Sie bitte Tische, Fußstützen, Fernbedienungen und Monitore. Stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht und öffnen Sie die Sonnenblende. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. Take care at all times when opening the overhead bins as items could fall out. In Economy Class and Premium Economy Class please also use the space under the seat in front of you for stowing your carry-on baggage. Fasten your seatbelt and check that it is tight. To unfasten your seatbelt simply pull up the flap. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to fasten your seatbelt whenever you are seated. This is in the interests of your own safety. This aircraft has 12 emergency exits. They are marked accordingly. Illuminated strips on the floor will guide you to these exits. These exits are equipped with evacuation slides which you can use to leave the aircraft in an emergency. Leave your hand baggage on board. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and fellow passengers who require assistance. There is a life vest at every seat. In First Class you will find your life vest under the armrest. In Business Class and Premium Economy Class it is also stored under the armrest. In Economy Class your life vest is located under your seat. If instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Pass the belt around your waist and fasten the clasp. Then pull the belt tight. Just before you leave the aircraft, pull the red toggle to inflate the vest. If necessary, use the red tube. The lamp lights up automatically when in contact with water. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. For take-off and landing, you are required to place any devices with the transmission function in flight mode or switch them off completely. Laptops and other similarly heavy items must be stowed safely in your hand baggage for take-off and landing. The use of transmission equipment and remote-controlled toys is forbidden for the entire stay on board. Please take some time to read through the information in the safety instructions which you can find at your seat. The safety instructions also show the safety position that you should adopt in the event of an emergency landing. Your cabin in attendance will also be happy to help you. We will soon be ready for take-off so please ensure that your table, leg rest, remote control and the monitor are stowed and secured correctly. Make sure that your back rest is in an upright position and your window shade is open. You are required by law to follow all signs, placards and instructions given by the crew. The chapter Organization That's what you are asked for. Untertitelung des ZDF, 2020